Moin Leute! Und zwar ist es so, dass ich in New York City, genauer gesagt in Liberty Island, ein total krankes Easter Egg mit einem Riesenhai gefunden habe. Ihr geht einfach rein. Das Easter Egg befindet sich genau hier, in diesem Abschnitt von Liberty Island. Und zwar genau bei diesem Evakuierungspunkt hier. Direkt hier über der Brüstung rüber. Da seht ihr ein Boot. Und das Einzige, was ihr noch machen müsst, ist draufzuschießen. Oh Mann, Alter. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.